Hallo Leute, heute wollte ich über die vegane Entwicklung in den letzten Jahren mit euch sprechen und zwar ein bisschen Brainstorming von mir, wie ich das alles so finde und ich kann auf jeden Fall sagen, es gefällt mir teilweise, wie sich das entwickelt. Ich werde das jetzt begründen. Ich habe auch irgendwo gelesen, Deutschland wird zu einem veganen Land. Das bedeutet, wir haben überdurchschnittlich viele Veganer in Deutschland, mehr als in anderen Ländern und das ist schon mal sehr gut. Und der nächste Punkt ist, in Geschäften findet man immer mehr vegane Produkte, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, die tauchen überall auf, vegane Produkte, auch Restaurants, immer mehr Restaurants bieten vegane Speisen an und so, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, obwohl vegane Ersatzprodukte natürlich nichts mit gesunder Ernährung zu tun haben und meiner Meinung nach auch nichts mit veganer Ernährung zu tun haben. Im Video dazu findet ihr unten, warum Ersatzprodukte nicht zu einer gesunden Ernährung gehören und überhaupt nichts mit Veganismus zu tun haben. Das ist nur für Leute, die keine Ahnung von gesunder Ernährung haben und nicht wirklich den Sinn von Veganismus verstanden haben. Mehr dazu, wie gesagt, unten im Video. Und aber trotzdem finde ich es natürlich besser, weil wenn es mehr vegane Ersatzprodukte gibt oder vegane Produkte gibt, dann das bedeutet, dass tierische Produkte weniger werden. Der Platz ist ja derselbe, von daher fliegen tierische Produkte raus, vegane kommen rein und Leute kaufen ja nicht dieselbe Menge, tierische Produkte und dann noch veganes Zeug, sondern tierische Produkte werden weniger und die veganen Produkte kommen dazu. Von daher ist das auch eine sehr gute Entwicklung. Das Schlechte an der veganen Entwicklung finde ich, hatte ich auch schon mal irgendwo in einem Video gesagt, dass eine gewaltige Ahnungslosigkeit herrscht, was die gesundheitlichen Aspekte angeht. Also es gibt so viele vegane, hier auf YouTube auch, riesige Leute mit 100.000 Abonnenten, weibliche, ich kenne jetzt eigentlich nur weibliche vegane YouTuberinnen mit so einem Abonnenten-Count, die reden darüber, warum man vegan werden sollte und dann taucht immer irgendwann auf so ein Punkt, ja, vegane Ernährung ist gesünder und dann geht es schon weiter. Also sie wissen meiner Meinung nach nicht wirklich, warum es gesünder ist. Sie wissen nur, dass es gesünder ist, aber sie können nicht sagen, warum es gesünder ist. Und ja, es herrscht einfach eine extreme Unwissenheit. Ich war auch in dem größten veganen Forum und da sind auch Bordlegenden mit über 5.000 Beiträgen, ja, und dann schreibt man da irgendwas über Milch, irgendwas Schlechtes, ja, und dann sagen die, hä, warum das denn und so, was ist denn mit der Milch, wo ist denn das Problem mit der Milch, ja. Und dann denkst du dir, da fällst du aus allen Wolken, ja, denkst du dir, und dann schreiben auch andere Leute, ja, da so, hä, was ist mit der Milch, wo ist das Problem, man sollte es nicht trinken, weil man will nicht, dass das Tier leidet und so. Ja, da herrscht so eine Unwissenheit, das ist einfach nur unfassbar, ja, wie die Leute nicht wissen, was für eine, was die Auswirkung auf die Gesundheit ist, ja, das sollte der Hauptaspekt sein. Wie in meinem Babynahrungsvideo gesagt, ja, fangt mal bei den Menschen an, anstatt bei den Tieren oder der Umwelt, fangt mal bei den Menschen an. Das sollte man als allererstes verstehen. Ja, also das gefällt mir überhaupt gar nicht, ja, dass deine heftigste Unwissenheit herrscht, ja. Keiner kann dir irgendwas erklären über, wie Cholesterin wirkt oder dass das schädlich ist. Oder die Veganer glauben wahrscheinlich selbst, diese Studien, die zeigen, dass Cholesterin gut ist, ja, oder unschädlich ist. Und das ist eine absolut traurige Entwicklung, finde ich. Der Hauptgrund für Veganismus ist in allermeisten nicht bekannt, ja. Der Hauptgrund, ja, Krankheiten entstehen durch falsche Ernährung. Und diese falsche Ernährung hat immer mit tierischen Produkten zu tun. Und das ist den Leuten nicht klar, ja, das ist den Leuten nicht klar. Oder die wissen vielleicht, dass es mit tierischen Produkten, aber die können es nicht erklären. Und die schieben das immer auf Tierschutz, ja, der Tierschutz ist das Wichtigste. Ja, wir wollen die Tiere schützen, wir wollen die Umwelt schützen. Ja, wie wäre es mit den Menschen anzufangen, ja, die Menschen? Und verstehen, dass Ernährung der absolut größte Punkt ist im Veganismus, ja, die Gesundheit des Menschen. Das ist, finde ich, das Traurigste an der Veganszene aktuell. Und, aber natürlich, wie gesagt, jeder Veganer, ich würde niemals gegen einen Veganer kämpfen oder so, also verbal, weil wir sitzen alle in einem Boot, auch wenn einer vegan wird und nicht den geringsten Schimmer von Ernährung hat, ja, der ist trotzdem Veganer. Ja, ja, der schützt trotzdem die Tiere, der gibt seine Meinung vielleicht weiter und schützt damit andere Menschen, die sich dann vielleicht auch so ernähren wollen. Also jeder Veganer, egal was für einer er ist, ja, egal aus welchem Grund, ist ein guter Veganer. Ja, von daher würde ich da niemals irgendwie gegen einen Veganer schießen und von daher, ja, das ist meine Meinung zur aktuellen Entwicklung. Das finde ich eigentlich ganz gut, wie gesagt, nur diese massive Unwissenheit über Ernährung ist natürlich da so ein kleiner Dorn im Auge. Von daher, ja, muss ich wahrscheinlich mehr Videos produzieren, ja, mein Kanal muss bekannter werden und dann, ja, wird das so ein bisschen Aufklärung sein, denke ich. Von daher, Leute, das ist meine aktuelle Meinung zur Veganer Entwicklung 2016 und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Ciao.